Leere Sitzreihen und viele freie Plätze machen es deutlich, immer weniger Bundesbürger gehen ins Kino. Der Grund, sie ärgern sich über den langen Weg zu ihrem Kühlschrank. Welche Filme demnächst für volle Kinosäle sorgen werden, das sehen Sie jetzt in unserer Kino-Hit-Parade. Auf Platz 3. Jeder kennt ihn. Ja, du, wie heißt denn du? Sag mal, kennst du mich nicht? Ich bin Roy Bleck. Bleck, das ist aber ein bescheuerter Name. Niemand dachte, dass er zurückkommt. Mensch, Roy, toll, dass du wieder da bist. Prost. Ich hab mich die ganze Zeit da hinterm Busch versteckt. Wir dachten, dass da oben gewesen ist. Ganz in Weiß. Doch jetzt ist er wieder da. Universal Pictures präsentiert einen Film von Bibi Hoch. Rendezvous mit Roy Bleck. Auf Platz 2. Das Remake vom Remake. Norman Bates erlebt das wahre Grauen. Und diesmal wartet es hinter dem Du...